Hey Leute, willkommen zu der letzten Folge von Minecraft War So. An alle, die sagen, dass das Projekt so kurz war, weil es nur 5 Folgen lang ging. Minecraft Suru, also das, was wir jetzt so gesehen ein bisschen nachmachen, gingen auch nur 10 Folgen. Und im Gegensatz zu unserem Projekt, wo nur 10 Mitglieder dabei sind, waren da 100 dabei. Also unser Projekt ist im Vergleich jetzt nicht unbedingt kurz. War So Zweifel, wird eh bald Folgen. Aber jetzt viel Spaß mit der letzten Folge. Wir müssen nochmal den Nether. Warum? Wir brauchen nochmal eine Lohnruze, das hat sich jetzt geändert. Aber es ist nochmal eine Lohnruze, um zu brauchen. Den Lohnrundenstock. Weil das sind wir die letzten 4 in dem Projekt. Ja, Ausendolien kommt jetzt erstmal. Ja, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber... Sonst sind wir die letzten 4, ja. Ah, jetzt müssen wir auf. Ah, hä? Oh mein Gott. Junge, mach. Mach mal, 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 mach mal. Alter. Alter. Ich bin fast reingerannt. Äh, kannst du... Ich bin runtergefallen. Wo ist das Skelett? Hab's, hab's, hab's. Oh mein Gott. Bruder. Ich bin schon wieder haf. Lohe. Hab sie. Nice. Oh mein Gott, pass auf. Ich wollte gar nicht schießen, hab grad geweckt. Okay, wollen wir gehen? Weiß nicht. Ja, doch, komm. Wie viel Lohnstange bekommst du was? Wo ist das Skelett von oben? Boah. Ich bekomm's... Oh nein, die umzingeln uns, Alter. Ich fände's weg. Hab's getötet. Wir brauchen aber eigentlich 2. Ja. Mindestens, weil... Aus einer Lohnstange bekommt man 2, gell? Ja, ja, ich weiß. Aber ich würde halt schon 2 machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, überall sind ein Hilfskelett über uns. Das fackt mich überhaupt. Wir 2 noch. Ich hab's getötet. Sind alle tot. Okay. Wo ist die Lohe? Ah, nein! Weaver, nein! Nein! Gott, dafür Gott, dafür Gott. Gott, dafür! Warte, mir geht's gut, mir geht's gut. Das ist eine Lohe, genau, äh, hier im Gang. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ehm. Ich bin nicht getötet. Ich weiß gerade auf dem PS4, okay, ehra. Ähm, paar, ich hab' einen Jack, äh, gib's mir mein Jack wieder, ist auch mein letzter. Wieso hast du eigentlich? Achso, ist mein letzter. Okay, ja. Hier sind 50 bis 80 Euro, ja. Oh, äh, was war das jetzt? Ich hab' gerade so in die Luft geschlagen, hab' ich aus dem geschlagen. Ähm, weil ich war der 5 war. Ähm, ja, das ist bitter. Äh, pass auf, ich schieße, ich schieße. Mhm. Bruder, nee, da können wir wenigstens bisschen was erreichen, Mann. Pass auf, ich schieße, ich schieße, geh weg. Ja, toll. Ist das nicht wahr? JJ Crash ist gerade geschrieben, du werde ich ja, ähm, ich hasse dich. Das ist, ich hasse dich, ey. Das ist nicht wahr. Ich hasse dich, ich sag, ich sag, geh weg, du triffst dich oder ich triff dich und du schießt mich in die Luft. In dem Moment, ey, das gibt's nicht. Ich hasse dich, Nick, ich hasse dich. Das ist jetzt ein Witz, ey. Ist das gerade dein Ernst? Junge, du, ich, du bist mein Schuss gelaufen. Jetzt schieb nicht alles auf mich, okay? Ey, das ist gerade dein Ernst. Vielleicht sterbe ich ja auch gleich neuland, die hab' gewonnen. Ah, als ob das jetzt passiert ist, ey. Das ist doch jetzt echt ne Scheiße, ey. Dann gewinn wenigstens jetzt noch was so. Was willst du, was willst du? Ich bin vor dir. Mach. Ey, sag ihm von Jaden, mach. Ja, mach halt. Ähm. Nee, Alter. Er hat's gemacht. Er ist so dumm. Er ist so dumm, Leop, Alter. Er ist so dumm. What the fuck, warum? Nick, sag ihm, Digga, bist du dumm oder so von Jaden? Leop, bist du dumm oder so von Jaden? Wieso gibst du ihm diesen Hit, Alter? Bist du dumm? Er glaubt das nicht, äh, Alter. Hey, war das nicht geplant, oder was ist passiert? Das war nicht geplant. Er wollte ihm aus, ey, aus Spaß, er hilft dir und er ist one-hook gewesen. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ist er hin. Schreib doch schnell den Schild, RIP. Ach, hast du das? Hast du noch nicht, oder hast du schon? Oh, jetzt ehrenspannender Fight. Pfeffelnick. Oder jetzt. Oder wieso geht der Herrmann? Alter, er spielt mit mir. Wenn du, wenn du mehr als Half-Life bist, dann kannst du dir so tun, als würdest du wegkriegen. Dass er denkt über Slow. Das war nicht aus Versehen. Ja, Alter. Keinen Bock in der Nacht zu kämpfen, ey. Ja, ran weg. Oh mein Gott. Nein. Nick. Nick. Ja. Wenn ich zwischenhele, dann würde er fighten. Wenn ich euch beide zwischenhele. Okay, dann mach. Ja, Schild aus der Hand. Schild aus der Hand. Schild aus der Hand. Schild, schild, schild. Ich warte kurz. Schild. Drei. Zwei. Pili nochmal. Okay. Drei. Zwei. Go. Go. Okay. Äh. Jane, stimmt mich mal bitte. Okay. Ich hab beide Seiten. Endsturm, Leute. Hier ist jetzt der finale Fight gerade. Warte, sag jemand kurz, er soll nicht angreifen. Nutz deine Vorteile aus. Äh, du sollst ihn kurz nicht angreifen. Keine Ahnung warum. Du sollst ihn kurz nicht angreifen. Ja, okay. Geh wenden. Weiter, weiter, weiter. Er kann nicht auch endstummen, wenn er will. Er kann nicht auch endstummen, wenn du willst. Okay, ne. Okay. Ich sehe beide Seiten. Ich hab beide Seiten. Wir haben kein Steckgetränk. Äh. Nick nutzt seine Vorteile aus. Okay, ich spiele clever. Ja, bisher ist noch alles in Butter. Ich such deine Goldäfel. Du hast. Ja, zu viel habe ich nicht. Okay. 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 Ich will nicht, dass sie gewinnt. Als ob der Verbrennung hat. Nix. Hab ihn. Gigi Nick. Oh mein Gott. Gigi. Wie viel hat man das so? Äh, noch genug. Ich glaube, Hälfte. Nick gewinnt. Nick gewinnt. War so. Ah. Gut. Das Clip holst du. Ey, äh. Tex. 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 Ich gehe an alle Teilnehmer hier nochmal. Oh, jetzt ist es jetzt zu Ende. Ich dachte für eine kurze Zeit, dass du, ähm, dass du gewonnen hast. Äh, dass du ihn holst. Ich auch, weil du hast ihn richtig gut gekommen. Ja, ich habe es gemerkt, aber. Nick, wie viel Herzen hast du denn? Äh, noch fünf. Leute, das war es mit Minecraft war so. Äh, lasst gerne gute Bewertungen dort. Schreibt rein, wie ihr das Projekt fandet. Äh, zum Schluss habe ich gewonnen, weil ich glaube, der beste Survival-Spiel am Projekt war. Das fand ich auch geil am Projekt. Es war nicht einfach nur so ein Varro. Sondern man musste auch überleben. Und ich mit meiner langen Survival-Erfahrung, ich glaube, ich weiß einfach am besten, wie man am besten gegen Mobs kämpft. Wo man sich am besten wie hin baut. Wo man am besten nicht hingeht. Zum Beispiel in den Neter. Oder dass man nicht in andere Schüsse reinläuft von seinen Teammates. Äh, aber im PvP war ich dafür nicht der Beste. Aber es hat gereicht. Weil ich viel besseres Equip hatte auch. Und ich bin froh, ich habe gewonnen. Äh, mal schauen wie Staffel 2 aussieht. Äh, werde ich auf jeden Fall wieder mitmachen. Äh, suche mir dann aber vielleicht ein bisschen anderes Team. Äh, weil Staffel 2 ist für mich dann nur für Spaß. Jetzt habe ich gewonnen. Das hätte ich selber nicht erwartet, da ich es geschafft. Aber ich habe es geschafft. Und ja. Wie gesagt, lasst die Bewertung da. Schreibt rein, wie ihr das Projekt fandet. Ob ihr Varso 2 sehen wollt. Und den sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Fortnite Best of? Äh, Fortnite was? GTA Best of. Aber Fortnite Best of könnte auch kommen. Wir planen gerade wieder eine Vollidiotenspielwiese. Also, lasst Like und Abo da, haut rein und ciao.